Okay. Und wir räumen jetzt noch alle Holzregale aus und dann räumen wir sie alle wieder ein. Ich bin bekannt dafür, dass in Mach-Eck das Haus ist immer sauber, antiseptisch rein. Wer bei uns in Mach-Eck gibt, dann müssen fernst, mit alles zackzack. Und der leuchtende akustische Kamerad ist verzückt und dreht sich hoher Schrein im Preis. Doch da ist doch ein Leben geräuschstark. Und wir haben immer alles, wer bei uns in Mach-Eck gibt, dann müssen fernst, mit alles zackzack. In Brasilien, da hab ich sieben Jahre gelebt, hab keine Dusche und auch kein WT gehabt. Doch wir Studenten aus Wien und umgeben, hab keine Ahnung von arz-iätischer Verpflegung. Und wirft hier zu eurer geistigen Erhebung. Und gründig in Mach-Eck, der Häus und schlafen, sagt Professor Höro. Er steckt ins Automobil, das bringt ins Energie, in sein Quartier. Den ist an der Hof. Dann hat er Dusche und WC, dass er sich braucht, wisst ihr eh. Doch wenn's das Untergrund steckt, dann muss das doch kommut. Der will, du rüschst, echter Wäsch oder Rausch im Back. Wer bei uns geht alles nicht, du wissst, wie ein Tag. Doch nächste Woche zieht der Malte wieder heute Gummistiefel an. Er hat keinen Anzug, geht nicht elegant. Zieht die Krawatte an, man hat aber keinen Frank. So hat er sich in's Biologenwand. Wer bei uns in Mach-Eck hinterm Lüssenfeld, geht wieder einmal ohne Sack-Zack. Dankeschön, wunderbar, großartig.